In- in-game hier, Quatsch, jemand ingame. Bei mir nicht. Wo- wo bist du? Äh, relativ an dem Turm, an dem großen. Außerhalb der Base. Okay, warte mal, warte mal. Ich glaube nämlich, dass du im Gefängnis sitzen. Wo ist das möglich? Soll ich mal von vorne aufm Eingang luken? Warte, 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 ruhe. Ich glaube, die überfallen gerade jemanden oder so. Achso. Hallo? Okay, hier sitzt du. Ja, die überfallen gerade jemanden. Ja, let's, let's fall. Ganz ruhig jetzt. Okay, I take the... ...backpack. Du bist auch. Ja, ruh, 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 ruh! ...backpack. Fuck, wo sind die? Und jetzt wirst du etwas Magik sehen. Oh, warte, warte. Äh, Prime mach mal eins. Schreib mal vorne am Eingang ingeben. Hallo! Muss ich dazu an Eingang ran oder geht das in den Baum? Bleib einfach da sitzen wo du bist und schreib mal Hallo! 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 Okay, die sind definitiv drin. Hände. Josh Ritter? Bist du das? Das bin ich, das bin ich. Okay. Ach, da bist du. Ich seh dich. Ja. Okay. Was hast du für ne Waffe, Prime? Äh, ne Makarov und, äh, IZH Shotgun. Okay, pass auf. Ich glaube auch, dass die dupen Laminox. Komm mit. Du stellst dich an den Eingang an die... Oh, 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 da ist ein LKW, okay. LKW, nix drin, okay. Die sind mit dem LKW hergekommen. Ich hab übrigens... Ich hab ein Schali auf der Makarov, ne? Geh mal vorne an das Eingangston, links an die Wand ran. Der erzählt gerade. Jajaja, der erzählt wie die dupen. Was ist dupen? Etwas verdoppeln. Oh, du hast wie die anderen. Ah. Etan. So, ich geh vor an die Wand, links. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Schau, schau an meine Beine. Oh, was ist das? WTF? Was? Wie kannst du das machen? Ja, es ist, äh... Ich pute mein... Ich pute mein Backpack auf meinem Beine. Ja, ich pute ihn auf dem Shortcut. Die... Ah, fuck. Auf dem Shortcut, ja? Ich tage wieder meine Hand. Ich werde überlegen, ob ich pushen gehe oder nicht. Ich press die Schaltkarte und du schießt. Ja, geh mal hier vorne ans Tor ran. Rechts zu dem Gebäude. Und schieß mal los. Ich press die Schaltkarte und doppelklick die zweite Beine. Soll ich mit der Shotgun oder mit dem Schali? Hast du in der Macker auf dem Magazin drinne? Ja. Okay, komm rein. Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Ja, ich hab ein Schali drauf. Reicht das? Ist doch vollkommen, vollkommen Wurst. Komm rein. Du schießt auf die Tür vom Prison. Und versteckst dich hier vorne. Du schießt. Du schießt. Du schießt. Ich weiß nicht, warum... Da ist jemand... Okay, die Frage ist jetzt, wo sind die? Nein, 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 nein. Sie sind gerade rausgekommen. Hast du nicht gesehen? Aus dem... Aus dem Prison? Wir sind raus. Wir sind raus. Okay. Ich trage die AKS auf dem Boden. Ich trage die AKS auf dem Boden. Ich trage die AKS auf dem Boden. Ich trage die Amerikaner. Let's go. Okay. Es ist ein Amerikaner auf dem Boden. Okay. Ich trage jemanden auf dem Boden. Nimm deine Schrotflinte. Moment. Und dann? Hab ich? Schaust du mal, wo die laufen und dann schießt du. Was mache ich? Schauen, wo die laufen und dann schießen. Die müssen da rauskommen. Unbedingt. Bist du in der Tanne da vorne? Ja, ja. Ja, okay, okay, okay. Die kommen gelaufen. Ich hab grad Schritte gehört. Okay. Ich hab grad Schritte gehört. Okay. Bleibt gerade einer vorne vor dem Tor. Bist du das? Ja, das ist der. Wo ist er hin? Du tot? Nee. Ich weiß nicht. Irgendeiner ist gestorben? Ja. Dann hab ich ihn erwischt. Passt. All right. All right. Okay, einer down. Ich hab grad nen Blick aufs Tor, relativ gut. Ja. Schau, wenn jemand rauskommt. Na ja. Wo hab ich ihn erwischt? Wo ist denn der umgefallen? Ich weiß nicht. Ich war nur neben mir. Ich hab nix gesehen. Es läuft aber noch jemand. Ja ja. Die kommen hier nicht raus. Die kommen hier nicht raus. Das ist das Schöne. Weil das ganze Lager ist mit dem Zaun ringsrum zu. Hm. Kommt wieder rein, sagt er. Okay, ich hab den bloß angeschossen anscheinend. Okay. Okay, 39 Schuss hab ich noch drin. Hobby, bist du online? Nee, noch nicht, ne? Hobby? Okay. Lock dich mal nicht ein. Ich hoffe, sie hört uns. Also, nee. Hobby hat's grad gemutet. Mhm. Da ist grad der Intro laufen. Okay. Wenn die rauskommen, schießt du mit der Schrotflinte auf die. Äh, er läuft, er kommt. Schieß mit der Schrotflinte. Schieß mit der Schrotflinte auf den. Hier. Okay. Okay. Und jetzt geh. Jetzt geh. Mach ich. Ich bin tot. Ja. Hab ich gesehen. Unconscious. Unconscious? Okay. Der ist wahrscheinlich auf den Turm hoch. Oh, ne. Schei... Ah, fuck! Ich bin down. Der ist merde.